Ein Ford Fiesta ist hier zum Verkauf angeboten. Der wendige schwarze Kleinwagen ist 5-türig und bietet Platz für 5 Personen. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei unter 21.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2015. Der Kleinwagen verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie elektrische Fensterheber, Start-Top-Automatik, Freisprecheinrichtung, Bluetooth, Einparkhilfe und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 101 PS. Der angegebene Verbrauch des Benziners liegt bei 4,3 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 13.439 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich. The